möglich wird die scheißplatte suchen gang andern teil so jetzt wird zurück zum dach dach eckert doch eckert und das kommt jetzt hier hin zack und jetzt doch natürlich muss die felder treffen buchte so zu tief das war zu weit vorne das ist perfekt ja jetzt kommt das schiff ist schwer zu treffen der war richtig geht das fahrt mal los fahrt aber los ich muss gucken ab geht auch stecken was sollte passen post post schon so und jetzt können wir nämlich das ja drüber ziehen jetzt haben die unten drunter genug platz so jetzt gucken wir vorne mal wie man das jetzt weitermachen da müsste theoretisch auch noch ein stach dachstück hin und eigentlich können wir hier auch machen und hier unten noch so eine abschlusswand wand abschluss so und dann müsste man eigentlich jetzt wird diese decke dazwischen machen weil was auch immer die dabei ist auch die spiel bei sollen dabei oder was ist das 18 stück ist zu hier geht es auch hier sitzt ein bisschen blöd das soll von außen schick aussehen von innen sehen wir das ja gar nicht ich hätte wenigstens noch die wand draufsetzen können die wand hätte noch drauf gekonnt und jetzt kann man nämlich brauchen wir nämlich dass hier auch eine so lange woche eigentlich nun könnten jetzt sagen wir machen das vielleicht noch eins machen das vielleicht noch eins scheiß es war ich machen jetzt sind dacheckereien wie sehen die aus das war nicht richtig das war auch nicht richtig es ist ja wieder falsch und jetzt gehen wir darüber darüber und mit dem gehen wir vielleicht noch bis hier vor und gehen dann hier rassen wo so guck mal hier habe ich ja schon nicht würde jetzt wollen wir noch mal die dachziegel den scheiß auch noch mit noch zu schließen so aber das auf fast zu jetzt müssen wir wirklich nur noch sagen wie weit man auf jeden fall kind hier doch ziegel hin so viel steht fest wo schön so parker auszeichnung halten das schön auf der beschrift gelesen und jetzt müsste theoretisch die wand ecke das dach wieder kommen habt ihr schon öfters mal gefahrt aber wer ist denn von euch in köln auf der gamescom schreibt es mal in die kommentare vor allem wann ihr vielleicht da seid und was euch für spiele interessieren würden die ich auf der gamescom vielleicht zeigen kann ich hoffe dass die folge vor der gamescom kommt natürlich jetzt ein bisschen blöd wenn ich das ist verkackt hätte aber ich glaube sieht gut aus oder die gamescom läuft gerade natürlich ursachen so was ist ja straßen mal steckt in der station fest kotz bügel türen die nicht öffnen kotz bahn hat bügel die nicht jetzt guck mal das erstmal an wie es aussieht ohne fenster ohne nix nur wie so ein riesen klumpen mir auf der wasserseite machen wir einfach nur ein paar säulen rein und lassen die wände weg es war vielleicht eine idee ach guck mal fisch guck mal fisch hier hinten ist ein stahlkonstruktor hier unten müssen wir noch was drüber bauen doch kommen eigentlich nicht mehr da gab es doch doch gesagt ja wandlein zack so auf der anderen seite noch da brauchen wir das hoch so netz soll nehmen ein paar säulen machen es ist wirklich ganz einfach so ein fuß jetzt mal dorthin jetzt kann ich das nicht mehr höher setzen oder was ach so ach das stück das hieß wir hätten ja von oben anfangen sollen hier das reicht nicht das sollte aber reichen ja ja das reicht jetzt müssen wir das zählen fuß ja land der übel steht halt frei wo kann man irgendwie noch das abschließen ja ich könnte sagen dass ich hier noch mal eine säule hinmach jetzt daneben gleich so türabschluss gibt es irgendwie noch einen abschlusskante wandabschluss wandabschluss links klein mein basis rechte tür nö komm lass uns so und damit ist dieses haus oh ich hab das dach weggerubbt und damit ist dieses haus und damit ist dieses haus und damit ist dieses haus und damit ist und damit ist dieses haus und damit ist dieses haus und damit ist dieses haus bitteschön schick oh guck mal die Delfine springt meine kleinen springt meine kleinen